Ja, ich sehe das genauso, wie du das jetzt sagst. Wir kennen das in vielen Organisationen, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten der Kommunikation. Das ist auf der einen Seite E-Mail und auf der anderen Seite, na, da machen wir mal eine Besprechung. Und davon natürlich ausgehend ein Schuhfix oder was regelmäßigeres oder wie auch immer. Und ich glaube, da braucht es ganz dringend irgendwie neue Ideen im Sinn von, da muss man mal ein bisschen seine Fantasie freien Lauf lassen und sagen, du, es gibt mehr als nur E-Mail. Ich meine, jetzt neuerdings haben viele Slack oder Microsoft Teams oder so eingeführt, was aber im Endeffekt nur eine Erweiterung von E-Mail ist, was ein bisschen Richtung Chat geht. Und man kann es natürlich ein bisschen thematischer strukturieren, was ich auch ein großer Fan davon bin, um eine gewisse Art von E-Mails einmal abzufangen, weil wir alle wissen, E-Mail-Eingang explodiert sowieso. Und zweitens, dort wieder was zu finden. Ja, da gibt es wahnsinnige, die ewige Ordnerstrukturen in ihren E-Mails aufgebaut haben. Und manche sagen, ja, die Suche ist doch eh so toll. Aber Tatsache ist, wenn du einfach das E-Mail deines Kollegen, mit dem du im Monat tausend E-Mails hin und her schiebst, da ein bestimmtes Thema zu finden, das ist einfach sehr aufwendig. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten und man muss einfach schauen, für welche spezielle Situation, welches Handwerkzeug einfach gut funktioniert. Und wenn E-Mail der Hammer ist, ja, dann finden sich natürlich viele Nägel, auf die man einfach mal kräftig einschlagen kann. Das ist ganz klar. Und man muss, da finde ich, viel, viel drauf schauen, was für andere Möglichkeiten würde es geben.